hallo mein name ist abdu ich habe bei der polizei gekündigt und bin gemeinsam mit meiner frau nach dubai ausgewandert in diesem video erfährt ihr warum kommen wir zum thema auswandern kommen wir zum thema dubai wieso überhaupt dubai ich muss noch erwähnen dass wir bis vor kurzem überhaupt nicht vor hatten aus deutschland jemals auszuwandern es hat sich bei uns alles sehr sehr spontan entwickelt meine frau wurde auf der arbeit diese freie stelle hier in dubai angeboten bzw empfohlen und sie wollte sich darauf bewerben sie wollte diesen schritt nur wagen wenn ich sie dabei unterstütze und nun hier sind wir aber die entscheidung zu fällen die war überhaupt nicht einfach für uns zum einen wir hatten krisensichere arbeitsplätze ich hatte die verbeamtung zum anderen unsere familie unsere freunde unser ganzes soziales umfeld ist in deutschland drittens wir waren nie sofort in dubai das ist tatsächlich fakt wir sind weder zum zwischenlanden noch zum urlaub waren wir jemals hier in dubai mir geht es in erster linie darum meine frau dabei zu unterstützen also wieso haben wir uns denn überhaupt dazu entschieden hat einfach diesen hintergrund wir wollten in der zukunft nichts bereuen und diese erfahrung die wir hier sammeln die wird uns keiner nehmen können bei unserem neuen kapitel möchten wir euch mitnehmen ich möchte auf youtube guten content produzieren dazu werde ich videos über die wohnungssuche über die jobsuche und über die lebenshaltungskosten die in dubai bei uns persönlich anfallen berichten wenn das thema auswandern wenn das thema dubai dich interessiert dann abonniere gerne den kanal in der video beschreibung unten siehst du meinen instagram account und da kannst du mir gerne fragen stellen und ich versuche euch möglichst viel zu beantworten und möglichst viel zu berichten bis bald